Mein Name ist Paul-Uwe von Rehmax-Leimitz. Heute möchte ich euch eine Mietwohnung in Spielfeld vorstellen. Diese ist nur zwei Minuten von der Autobahnabfahrt entfernt, hat 72 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Zimmer, ein neues Badezimmer und eine neue Küche und sogar ein Gartenanteil. Und nun geht's auf zur Besichtigung. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2019 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020